6 Gartenvögel, die man kennen sollte die 6 bekanntesten Gartenvögel stelle ich dir in diesem Naturvideo vor. Vorher abonniere noch meinen Kanal und aktiviere die Glocke damit du keine Videos mehr verpasst. Vögel spielen eine entscheidende Rolle in unserem Ökosystem, von der Bestäubung von Blumen bis zur Kontrolle der Insektenpopulationen. Indem wir uns mit diesen gefiederten Freunden vertraut machen, können wir die Schönheit der Natur direkt in unseren eigenen Hinterhöfen besser erkunden. In diesem Video erkunden wir die faszinierende Welt der Gartenvögel, ihre einzigartigen Verhaltensweisen und wie wir sie in unsere Gärten locken können. Lassen Sie sich von den vielfältigen Arten, die unsere Gärten besuchen, überraschen und erfahren Sie, wie sie eine vogelfreundliche Umgebung schaffen können. Tauchen Sie ein und entdecken Sie die Wunder dieser 6 Gartenvögel. Der Spatz, Sperling Der Spatz oder Sperling ist mit seiner geringen Größe und seinem braunen Gefieder ein vertrauter Anblick in Gärten auf der ganzen Welt. Diese geselligen Vögel sind für ihr fröhliches Zwitschern und ihre verspielten Mätzchen bekannt, wenn sie von Ast zu Ast huschen. Trotz ihres unscheinbaren Aussehens spielen Spatzen eine wichtige Rolle in Gartenökosystemen, indem sie sich von Insekten und Schädlingen ernähren, die Pflanzen schädigen können. Diese gefräßigen Esser helfen dabei, die Populationen schädlicher Insekten unter Kontrolle zu halten, was sie zu wertvollen Verbündeten für Gärtner macht. Wussten Sie, dass Spatzen ausgezeichnete Nestbauer sind und aus den verschiedensten Materialien gemütliche Heime für ihren Nachwuchs bauen? Bleiben Sie dran, um weitere faszinierende Gartenvögel ihrem Charme und fleißigen Dasein zu erfahren. Amsel Die Amsel ist ein auffälliger Vogel mit einem glänzenden schwarzen Gefieder und einem leuchtend gelben Augenring, was sie zu einem Blickfang in Gärten macht. Die Amsel ist für ihren melodischen Gesang bekannt und ihre flötenartigen Rufe hallen durch die Bäume und verleihen dem Garten einen wunderschönen Soundtrack. Diese Vögel sind geschickte Nestbauer und bauen becherförmige Nester in Sträuchern und Bäumen, in denen sie ihre Jungen aufziehen. Die Amsel ernährt sich abwechslungsreich von Insekten, Früchten und Beeren, was zur Verbreitung von Samen beiträgt und die Pflanzenvielfalt im Garten fördert. Indem sie Amsel in ihren Garten locken, können sie die Artenvielfalt fördern und die Schönheit dieser charismatischen Vögel aus nächster Nähe genießen. Rotkirchen Das Rotkirchen ist ein beliebter Gartenvogel, der für seine charakteristische orange-rote Brust und sein fröhliches Wesen bekannt ist. Diese kleinen Vögel sind äußerst territorial und verteidigen ihre Futter- und Nistplätze oft mit ihrem melodischen Gesang gegen Eindringlinge. Rotkirchen sind Allesfresser und ernähren sich von Insekten, Würmern, Früchten und Samen, wodurch sie sich an verschiedene Gartenhabitate anpassen können. Man kann Rotkirchen oft dabei beobachten, wie sie über den Boden hüpfen oder auf einem Ast sitzen und nach Nahrung suchen. In der Folklore werden Rotkirchen mit Erneuerung und Wiedergeburt in Verbindung gebracht und symbolisieren Hoffnung und Glück. Ihr Erscheinen in Gärten gilt als Zeichen von Segen und Freude und verleiht Außenbereichen einen Hauch von Magie. Meise Die Meise umfasst eine vielfältige Gruppe kleiner, lebhafter Vögel, die für ihr farbenfrohes Gefieder und ihre aktive Natur bekannt sind. Mit Arten wie der Blaumeise, der Kohlmeise und der Tannenmeise bringen diese Vögel Farbe und Energie in die Ökosysteme der Gärten. Meisen sind erfahrene Futtersucher, die von Ast zu Ast huschen, um Insekten, Samen und Nüsse zu finden, die ihren energiegeladenen Lebensstil antreiben. Sie nisten am liebsten in Baumhöhlen oder Nistkästen, wo sie ihre Jungen in gemütlichen, gut geschützten Häusern aufziehen. Es laufen Naturschutzbemühungen, um die Meisenpopulationen zu schützen, indem ihre natürlichen Lebensräume erhalten und Nistplätze bereitgestellt werden. Indem wir diese Initiativen unterstützen, können wir die weitere Präsenz dieser bezaubernden Vögel in unseren Gärten sicherstellen. Der Star Eines der faszinierendsten Verhaltensweisen von Staren sind ihre spektakulären Vogelschwärme, bei denen tausende von Vögeln in synchronisierten Mustern über den Himmel ziehen und atemberaubende Flugschoss bieten. Stare haben eine abwechslungsreiche Ernährung. Sie ernähren sich von Insekten, Früchten und Samen und sind für ihre schnatternden Rufe und die Nachahmung anderer Vogelarten bekannt. Diese anpassungsfähigen Vögel können in unterschiedlichsten Lebensräumen leben, auch in städtischen Gebieten. Um Stare in ihren Garten zu locken, stellen sie Vogelfutterhäuschen mit einer Mischung aus Samen und Talg sowie Nistkästen als Unterschlupf bereit. Das Beobachten dieser charismatischen Vögel kann Freude und Staunen in ihren Außenbereich bringen. Mein Fazit Zum Abschluss unserer Erkundung der sechs Gartenvögel, die man kennen sollte, ist es wichtig, die Bedeutung dieser weit verbreiteten Gartenvögel in unseren Ökosystemen zu erkennen. Indem wir uns mit diesen gefiederten Freunden vertraut machen, können wir unsere Verbindung zur Natur vertiefen und die Schönheit, die uns umgibt, wertschätzen. Ich ermutige sie, sich die Zeit zu nehmen, lokale Vogelpopulationen zu beobachten und zu unterstützen, indem sie in ihrem eigenen Garten freundliche Lebensräume schaffen. Vogelbeobachtung vermittelt nicht nur ein Gefühl der Ruhe und des Staunens, sondern bietet auch wertvolle Einblicke in die Natur. Erkunden sie weiterhin die Wunder der Vogelbeobachtung und naturbezogene Inhalte, um ihre Entdeckungsreise und Wertschätzung für die Vogelwunder, die unsere Gärten schmücken, fortzusetzen.